Jo meine Leute herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Kreisliga B Gruppe 1 für den Kreis höchster Saison 2021-2022-23 der Spieltag mit dem Prediction los geht es heute um 18.30 Uhr. SV Drenkel verlässt gegen FG Harienmünster Rieschenau mit 3 zu 5. VfL Lange Land gegen VfL Eversen 0 zu 3 für Eversen. Dann SV Fürstener Böderksen schlägt zuhause SV A1005 Reelsen 2 zu 1. Dann SG Böderksen A Neterdal gewinnt 2 zu 0 gegen SG Neterabo. SV 30 Bergheim verletzt gegen FG Erkelnhemsen 0 zu 4. SV Extra 2 gewinnt 2 zu 1 gegen TUS Lütmaßen und SV Steinheim schlägt TUS Godelheim 3 zu 0. So, das war's vom 23. Spieltag mit den Predictions der Kreisliga B Gruppe 1 für den Kreis höchster. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns so ein bisschen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nehme ich die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und bis deiner GoodKicks. Ciao! 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 ... Vielen Dank.